Servus Leute, willkommen zu meinem heutigen Guide zur Quest, die Rückkehr des Unheils. Diese Quest bekommt ihr in Melve, wenn ihr den Drachen besiegt habt und einige Zeit später zurückkehrt. Um die Quest zu starten, begebt euch zu dem Haus von Ulrike. Hier lauscht ihr zunächst einem Gespräch zwischen Ulrike und Martin. Nach dem Gespräch könnt ihr mit Ulrike sprechen, welche euch aber wegen der späten Zeit auf den nächsten Tag verweist. Allerdings verschwindet Ulrike in der Nacht und soll in Gewahrsam genommen werden. Ihr sollt als nächstes Ulrike suchen. Sie befindet sich im Dorf Have. Am besten nutzt ihr wieder die Ochsenkarren, um erst nach Vanworth zu reisen und lauft von dort nach Dorf Have. Kurz vor dem Dorf taucht der Drache aus Melve wieder auf. Es macht hier keinen Sinn, diesen zu bekämpfen, da er deutlich stärker als ihr seid. Ihr könnt aber einfach vor ihm flüchten und ins Dorf gehen. Dort angefangen startet direkt die Quest und ihr findet Ulrike vor. Daraufhin sollt ihr euch in die Höhlen begeben, die sich hinter dem Dorf befinden. In den Höhlen findet ihr Ulrike und ein paar Soldaten vor. Ihr müsst kurz mit ihr interagieren und dann die Höhle weiter erkunden. Die Höhle ist voller Gegner, die ihr immer erst besiegen solltet, bevor ihr weiter geht. Da es sonst irgendwann zu viele auf einmal werden. Nach dem großen Raum müsst ihr euch zweimal links wenden. Ihr lauft zwar dadurch wieder Richtung Eingang der Höhle, aber ihr findet dort eine Kiste mit einem Reisestein. Alternativ könnt ihr dies auch am Ende der Quest machen, da ihr euch eh wieder aus der Höhle begeben müsst. Habt ihr den Reisestein eingesammelt, begebt euch auf dem gleichen Weg zurück und wendet euch kurz vor der großen Höhle wieder nach links. Dort kommt ihr in eine kleine Sackgasse. Tötet alle Monster, danach kommt eine kleine Cutscene, wo ihr erst einen NPC rettet und danach mit Ulrike sprechen könnt. Verlasst nun einfach die Höhle, sammelt eventuell jetzt erst den Reisestein ein und kehrt nach Dorf Hawe zurück. Ulrike wird in dem Dorf bleiben und zur Dorfältesten gewählt. Kehrt nun nach Malve zu Ulrikes Haus zurück, berichtet Lennart von Ulrike und schließt somit die Quest ab. Ihr bekommt zwischendurch immer wieder einige Belohnungen, die sich auf alle Fälle lohnen. Hat euch dieses Thema gefallen und ihr wollt immer auf dem aktuellen Stand bleiben und neue Questguides zu Dragon Dogma 2 bekommen, abonniert doch gerne den Kanal.